Wie lange willst du es noch machen? Kann man das noch? Ich meine, du hast gerade gesagt, du bist 55, fit wie ein Turnschuh? Nein, nicht wie ein Turnschuh, aber wie so ein Abhiel-Franster-Turnschuh. Ich bin noch fit, aber solange es noch Spaß macht und solange ich noch was bewegen kann. Ich möchte noch etwas bewegen, ich möchte einfach Berlin sicherer machen und möchte dazu beitragen, dass ein klein wenig vielleicht Berlin sicherer wird und bin mit Herz und Blut immer noch dabei. Bei allem, was du vorhin erzählt hast, an Kritik, hast du mal drüber nachgedacht, selbst sozusagen, du hast ja viel Kritik an der Polizei, an der Polizei weniger, aber vor allem an der Politik auch geübt, selbst in die Politik zu gehen und es möglicherweise zu machen? Also ich würde gerne den Innensenator ein Jahr in Ruhe schicken, dass er sein Gehalt bekommt und ich würde ein Jahr umsonst seine Tätigkeit machen und versuchen, hier ein bisschen mehr zu erreichen, weil es passiert einfach zu wenig.